Auch in Sachen Küchen hat IKEA dieses Frühjahr einiges an Neuheiten zu bieten. Zusammen mit Donau 3FM-Moderator Robin Schuster stellte Andreas aus der Küchenabteilung die vielen Vorteile der IKEA-Küchen vor. Gleichzeitig konnten alle Besucher bei einer Fotobox ein Selfie machen und sich somit für das Gewinnspiel um dreimal 333 Euro IKEA-Einkaufsgutschein registrieren. Dazu mussten sie nur kurz lächeln, ihr Foto ausfüllen und in eine Losbox werfen. Das zweite Foto gab's als Andenken mit nach Hause und für den gemütlichen Bummel durchs Möbelhaus einen Gratis-Kaffee in die Hand. Die kleinen Besucher forderte Robin Schuster zu einem Würfelduell heraus. Als Gewinn winkte ein Gutschein für ein leckeres Eis im IKEA-Restaurant. Nächsten Samstag sind wir von Donau 3FM auch bei IKEA. Und Sie haben wieder eine Chance auf tolle Einkaufsgutscheine. Kommen Sie vorbei!